Ja, heute beginnen wir mit einer Empfehlung. Hier sozusagen, wo ist es? Das ist unser Tagesbild und zwar die Empfehlung bezieht sich auf das Thesenpapier 3.0 zum Thema Corona von solchen Professoren wie Professor Schrappe hier. Sehr bekannt ist eben auch Professor Klaus Püschel, der ja die ersten Obduktionen in Deutschland durchgeführt hat. Professor Gläske ist seit langem bekannt, auch als Spezialist im Bereich Probleme im Gesundheitswesen. Wenn ich mich recht erinnere, hat er sich auch geäußert in dem Film Die Profiteure der Angst. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Und Dave Brüsch hat auf seinem Kanal Sender 5 Ideen darüber berichtet, hat auch die Fotos dieser 8 Experten zusammengefunden wohl. Und sozusagen, ich habe heute telefoniert mit Professor Schrappe hier und mal schauen, ob uns die Professoren von den Next Scientists for Future sich die Zeit nehmen, mit Professor Schrappe und vielleicht noch anderen dieser Kollegen dann eine Talkshow, eine Talkshow Demokratie pur zu machen, muss man schauen, wie sich die Professoren der Next Scientists for Future jetzt entscheiden. Professor Schrappe wäre grundsätzlich bereit dazu, das ist schon mal sehr positiv. Und auch der Sender 5 Ideen von Dave Brüsch wäre wohl auch bereit, mit unseren Professoren eine Sendung zu machen. Ich bin mal gespannt, wie sich unsere Professoren jetzt entscheiden. Ich habe sie schon entsprechend angemeldet. Und natürlich ist es ein heißes Eisen, ja. Man verbrennt sich ja eventuell die Finger, ja. Also sozusagen, die Frage ist, wer sich zum Thema Corona nachdenklich hervorwagt. Also zum Beispiel diese Professoren hier. Das für mich Wichtigste ist auch, dass sie eben auch schreiben, ja, dass es so zu sein scheint, dass die Sterblichkeit eben nicht bei 5 Prozent liegt, sondern unter 0,5 Prozent, also im Bereich einer kräftigen Grippe liegt und so weiter, ja. Und wer sich das wagt und damit ja letztendlich auch diesen Umfang der Maßnahmen infrage stellt, ja, der riskiert ja was, ne. Denn es ist ja letztendlich so, unsere Meinung ist ja sozusagen, wir hätten diese Zahl, 25.000 typische Winteratemwegserkrankungstote, die hätten wir nicht wesentlich unterschreiten sollen. Wir hätten vielleicht anvisieren sollen, dass wir uns quasi der Zahl 20.000 irgendwie annähern, damit wir noch einen gewissen Sicherheitsspielraum dann haben. Also sozusagen die Intensivbetten zum großen Prozentsatz voll zu machen und in dem Wissen, dass jede überzogene Menge an Maßnahmen auch riesige Kollateralschäden verursacht sozusagen. Und wir sind in den letzten, 2018 sind wir mit 25.000 Grippetoten problemlos, sind die Krankenhäuser problemlos mit deren Behandlung oder überhaupt mit den Intensivbetten klargekommen. Und genauso hätte man jetzt eben auch einen Zielschuss machen müssen, denn dass wir jetzt sozusagen die Wintersterblichkeit runtergeknüppelt haben von 25.000 auf 8.000, und dafür zahlen wir eben einen extrem hohen, überzogenen Preis. Und das wahrscheinlich wird uns das insgesamt, ist uns das und wird uns das teuer zu stehen gekommen sein oder wird uns noch teuer zu stehen kommen, solch eine künstlich überhöhte Eingriff. Wir können es jeden Winter schaffen, dass wir die Sterblichkeit Richtung Null drücken, aber dann ist Europa und Deutschland wirtschaftlich tot. Ja, dann sind wir alle total verarmt irgendwann. Das können wir machen. Und unsere Zielgröße sollte sein, dass wir die 25.000 Wintertoten nicht wesentlich unterschreiten. Wir müssen uns nochmal klar machen, dass jedes Jahr in Deutschland 940.000, sagen wir mal großzügig, jedes Jahr in Deutschland eine Million Menschen ganz normal sterben. Und dass wir deswegen auch sozusagen, und von dieser einen Million Menschen, die jedes Jahr ganz normal sterben, ist es ganz normal, dass da jeden Winter eben so circa 25.000 Krippetote sterben oder Winteratemwegserkrankungen, egal ob die nun Corona heißen oder Grippe heißen oder anders heißen, auf jeden Fall sind es winterliche Atemwegserkrankungen, die eben einen kleinen Teil dieser einen Million ausmachen. Und diese künstlich zu verhindern, die gerade diese 25.000 Atemwegstoten jeden Winter sozusagen von den einen Millionen sowieso Sterbenden jedes Jahr zu verhindern, dass wenn man das machen will, dann wird man Deutschland, Deutschland, wenn man das mit solchen knallharten Maßnahmen machen will, wird man Deutschland innerhalb kürzester Zeit wirtschaftlich total zerstören. Und ja, die Frage ist eben, wie sinnvoll das ist. Auch sozusagen, natürlich können wir sozusagen künstlich versuchen, unsere Sterberaten für gewisse Zeiten zu drücken. Aber irgendwann sterben die Leute dann an was anderem. Ja, und wenn wir versuchen wollen, künstlich mit Lockdown-Maßnahmen jegliche Form der Atemwegsinfektion sozusagen zu unterbinden, dann können wir das tun, aber dann können wir uns eigentlich auch gleich alle erschießen. Denn dann gibt es nämlich kein Leben mehr. Ja, und das, wo die Lebensqualität sowieso extrem gering ist. Ja gut, also sozusagen hiermit habe ich also empfohlen, schaut euch auf fünf Ideen die Sendung an, acht Experten gegen den Mainstream mit Dave Brüch, diesmal also dringende Empfehlung und lest euch eventuell dieses ganze Papier hier durch und mal sehen, ob unsere Professoreninnen und so weiter bereit sind, von den Next Scientists for Future diesem heißen Eisen sich zu widmen oder ob sie doch lieber zu vorsichtig sind und sagen, naja gut, bei der gesellschaftlichen Ächtung, die man riskiert, wenn man sich sozusagen zu diesem Thema öffentlich äußert. Ich bin ja auch Mitglied der Next Scientists for Future. Ich habe es gewagt, mich öffentlich zu äußern. Aber ob die anderen Professoren das gleiche Wagnis auch einzugehen, Wagen, das steht noch in den Sternen, na, werden wir sehen. Ich habe auch Professor Wallach noch eingeladen, der ja noch nicht Mitglied vom Weltrat und von den Next Scientists for Future ist, vielleicht eingeladen, weil einige Professoren gesagt haben, wir sollten ihn einladen, weil er sich ja auch in einer Sendung mit uns ja getraut hat, öffentlich sich zu Corona zu äußern. Und von daher wäre das ja auch eine Lösung für die Talkshows. Ja, ansonsten, was haben wir noch an Themen für die heutige Tagesschau? Wo ist es? Ein Virologe kritisiert Lauterbachs, Karl Lauterbachs, Professor Karl Lauterbachs, Klammern am Mundschutz. Also ein Virologe. Aha, hört, hört. Und er sagt, Lauterbachs Sicht sei überzogen und hochgefährlich. Ja, hört, hört. Und das von einem Virologen. Und das irgendwo in den Mainstream-Medien. Das ist doch auch eine Sensationsnachricht. Ja, und dann wird darüber berichtet, wieder so im Sinne der Angstmache, dass angeblich Hirnschäden auch bei mildem Corona-Verlauf übrig bleiben könnten. Ja, aber die Frage ist, wie groß sind diese Hirnschäden? Natürlich gehen solche Virusinfektionen auf alle möglichen Körperteile. Aber das macht ja eben auch eine Flasche Bier. Die geht auch irgendwo ein bisschen aufs Gehirn. Die Frage ist doch, wie groß sind die Hirnschäden? Wie schnell können sie wieder repariert werden? Wir wissen ja mittlerweile, dass das Gehirn auch eigene Reparaturfähigkeiten hat, was man früher ja noch nicht wusste. Und ich weiß nicht, ob es dabei nicht nur darum geht, die Impfluss der Deutschen aufrechtzuerhalten mit solchen angstauslösenden Meldungen, wo gar nicht klar ist, wie groß sind die Hirnschäden, wie schnell können sie wieder repariert werden vom Organismus und so weiter. Also was solche letztendlich nicht quantifizierten Aussagen kann ich nur als Versuch einer undifferenzierten Angstmache verstehen. Das hat mit seriöser, wissenschaftsorientierter, faktenbasierter Berichterstattung nichts zu tun. Ja, dann haben wir die Frage, da war also eine Sendung ja mit Professor Flassbeck, der wahrscheinlich eher so in die Richtung der linksextremeren Volkswirtschaftsprofessoren gehören dürfte. Professor Heiner Flassbeck. Und dazu muss ich sagen, seien wir doch froh, dass unsere Zivilisation mittlerweile die dritte Welt nur noch ausschlachten. Früher haben sie die dritte Welt abgeschlachtet. Also wenn ich daran denke, wie Europa die nordamerikanischen und die südamerikanischen Indios und die nordamerikanischen Indianer abgeschlachtet hat, im Sinne eines Völkermordes, eines Genozides, dagegen ist das heutige freihandelsmäßige Ausschlachten der dritten Welt ja regelrecht harmlos. Und die Frage ist, ob wir mehr verlangen können. Ja, also dieser Traum sozusagen immer sozusagen die Welt so zu verbessern, dass sie die dritte Welt sozusagen jetzt pampert und fürsorglich behandelt. Entspricht das der genetischen Natur des Homo sapiens? Fragezeichen. Das ist die Frage, ob wir da nicht einfach zu viel wollen, sozusagen, manche Professoren. Paradoxerweise sagt Flassbeck auch sowas wie, dass die Gewerkschaften und die Mindestlöhne irgendwie die Wettbewerbsfähigkeit der dritten Welt zerstören. Also da ist ja irgendwie, ist da irgendwas Widersprüchliches aufgetaucht. Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass wir Gewerkschaften und Mindestlöhne sofort abschaffen sollten, weil sie höchstens bei einer Wettbewerbsfähigkeit stören können. Und dritte Welt, wenn die, wenn da durch die Gewerkschaften und Mindestlöhne sozusagen die Produktpreise sozusagen höher sind, als die Produkte auf dem Weltmarkt wert sind, dann ist es klar, dass die dritte Welt dann nichts verkaufen kann. Das ist auch bei Freihandelsbedingungen nichts verkaufen kann. Ja, und wie gesagt, also Flassbeck scheint das Ausschlachten stoppen zu wollen, anstatt froh zu sein, dass wir wenigstens das Abschlachten gestoppt haben, sozusagen. Dann haben wir weitere Nachrichten, also die, ja, letztendlich Professor Heiner Flassbeck, die Regierungen wollen das offensichtlich nicht, das Ausschlachten zu stoppen. Warum sollten sie auch? Ist der Mensch so, ja, dass er zu solcher fernsten Liebe fähig ist und dass er sozusagen nicht den Handel so treibt, dass er maximal die dritte Welt ausschlachtet, ja, ist da Flassbeck von der fernsten Liebe geprägt, die Masse der Menschen nicht aufbringen kann, weil die Masse der Menschen gerade mal in der Lage ist zur nächsten Liebe, aber nicht zur fernsten Liebe, ja, und dann ist halt auch noch die Frage, manche sagen dann, ja, wir müssen uns um die dritte Welt kümmern, denn sonst kommen die alle zu uns, na, da weiß die Politik natürlich auch, es geht natürlich auch anders, man kann auch einfach die europäischen Grenzen knallhart zumachen, dann ist die dritte Welt egal, sozusagen. Ja, und beim Klimaschutz, ich meine, eine Überlegung wäre, man könnte alles, alle fossilen Energien aufkaufen und sie dann extrem teuer verkaufen an die ganze Welt, dann hätte man quasi sowas wie einen weltweiten Emissionshandel, schwierig ist dann nur, dass dann natürlich durch den extrem hohen Weltmarktpreis sozusagen noch, überall noch mehr Bohrungen getätigt werden und also irgendwie aus der Erde noch die letzte, der letzte Rest an fossiler Energie gefunden wird und die müsste man ja dann auch wieder zu diesem überteuerten Preis einkaufen, ja, also ob das geht, ob dann nicht doch die Idee besser ist zu versuchen diesen weltweiten Emissionshandel herzustellen durch und da einen, dem Verbrennen von fossilen Energien eben einen extrem hohen Preis zu geben, ja, ja, das sind so die Fragen, ja, der Fehler von Professor Flassbeck ist vielleicht von Anfang an schon, was interessieren wir uns überhaupt für die dritte Welt? Wir sollten erst mal Europa von der Geisel der sozialen Marktwirtschaft befreien, ja, ja, dann in den Medien wieder immer wieder das Gleiche, die Zahl der Testungen wird verschwiegen, das ist wirklich der Hammer und dann wird da auch noch von Fällen geredet, ja, es macht doch einen Riesenunterschied, ob gestern in Deutschland oder letzte Woche in Deutschland 30 Millionen Menschen getestet wurden oder ob es 3000 Menschen getestet wurden. Es ist doch selbstverständlich, dass ich mehr testpositive, im Zweifelsfall testfalsch, also falsch positive Testergebnisse bekomme, wenn ich 30 Millionen Menschen teste oder wenn ich 3000 Menschen teste, dann eine Nachricht, ist ja schon lange bekannt, Smartphones machen Kinder krank, ja, der Vereinsamte und sein Smartphone und Computerkonsum, sozusagen, das ist das Thema des Ganzen. Ja, und zum Schluss für heute, also der Beweis, warum die soziale Marktwirtschaft so schlecht ist, verweise ich auf die 520 anderen Sendungen, das haben wir so oft schon erklärt, das kann jeder nachlesen, die soziale Marktwirtschaft ist das schädlichste, was wir überhaupt haben und zum Schluss für heute wieder, hier sind die gefährlichen Irrtümer, Markus Krall, Hans-Werner Sinn und so weiter, bitte alles durchlesen, und alle, die wir nicht auf dieser Liste erwähnen, die erwähnen wir großen Teils deswegen nicht, weil sie über so viele Irrtümer verfügen, dass es sich gar nicht lohnt, darüber überhaupt Bericht zu erstatten. Ja, also nochmal abschließend die Empfehlung heute, ja, die 8 Experten gegen den Mainstream und wie gesagt, wird die Frage sein, ob es bald zu einer Talkshow kommt, ob unsere Professoren bereit sind, mit diesen 8 Experten und mit überhaupt bereit sind, sich wirklich öffentlich das Risiko einzugehen, mit diesen Professoren über die Frage Corona zu diskutieren. Ich habe es gewagt, ich bin das Risiko eingegangen, ich weiß nicht, ob es mir irgendwie noch größeren Schaden zufügen wird, dass ich mich so offen als Mitglied der Next Scientist for Future über Corona geäußert habe. Mal schauen, wie die anderen Professoren, wie die Professoren entscheiden, ob sie dieses Risiko eingehen wollen. Also, wie gesagt, und zur Begründung, warum die soziale Marktwirtschaft das Böse schlechthin ist und das Gefährliche schlechthin ist, haben sie 520 andere Sendungen zur Auswahl, wo in jeder zweiten Sendung das ausführlichst erklärt wird. Tschüssi, bis bald!